und hiermit herzlich willkommen zurück zu let's play paper paper octodate und zwar müssen wir bis ganz nach oben klettern ich hoffe mal das klappt auf anhieb weil jeder weiß ich kann nicht klettern mit octodate ok das hinterher so wunderbar funktionieren da oben ist der krawatte die mich gerne habe kommt wieder zurück kommt wieder zurück zurück 3 von 3 wir haben alle krawatte und ich habe mal vorhin aus aus prima auf freie spiele kommt man die level noch mal als freies spiel machen kann ich glaube ich habe auf screener versehentlich die diese erste nicht eingesammelt sondern da beim haus ich irgendwie tropfen alle krawatten ich finde sehr merkwürdig ich mich nicht erinnern dass eingesammelt zu haben aber gut ist jetzt auf jeden Fall daher wo ich das jetzt mal aufgenommen habe nein 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 komm so jetzt aber langsam so man ok Dez. Wee. Eh. So. So, jetzt komm. So. Uiii. 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 Gut. Gut. Ganz langsam vorsichtig. Hallöschön. Uiii. Uiii. Mein Fuß. Mein Fuß. Iiii. Uuuu. Ich hoffe, das sind weiche, oder? Das war großartig, Dad. Ich habe mir das anziehen. Du denkst, dass es eine Science ist, Johnson? Oh. Ich muss das einziehen. Oh. Irgendwann kriege ich die Brille schon noch. Komm schon. So. So. Und ich nehme das aus damit. Das ist ein Souvenir. Ja, bitte schön. Nein? Okay. So. Ich habe den ersten Abschnitt wohl geschafft. Ich bin nur noch Station. Und so. Und so. Oh. Welcome to the Aquarium. It's nice to eat you. Bitte was? My Ampulae of Lorenzini allow me to detect nearby sea creatures. Oh Gott. Back here. Please be careful in the deep ocean. It's easy to stumble. Oh. Da bin ich ja mal gespannt. Exit only. die. Hallo. Es ist schon. Die blue ocean. Die blue ocean. Ich bin ein Fisch. I'm a little fish in the big blue sea home to many strange and mysterious creatures, bear witness to their world Daddy? Is that you? Lucian? How do I get out of here? Fuck me, I'm fucked Don't run off without me, okay dad? Light of Offense Dad, you will live in here! Some fish will adopt me to make me live in the ocean! I don't want any crew! Dad, if I get lost in here, come find me! Wo ist mein Brille? Oh, unfair! Dann will ich jetzt diesen Hut haben So Stand for start Stand to start Um Here Here Dad, could you imagine if there were bugs all around us right now? We wouldn't see them! They could be everywhere! Even your ears! Hey! Come on dad, catch the little golden fish! Catch them with your feet! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, wir rocken das! Oh Gott! Oh, weißt du... Oh, einiges nicht über mich! You're a bigger fish! You attach the smaller fish and then raise them to be big fish! Right? Oh Gott! Good dancing, Dad! Congratulations, Hunter! You have what it takes! Now take a shake light and descend! Are there any more lights around here? Jelly fish can live forever! Can't be... Excuse me! Here is this, he does he quen! Creatures in the dark will respond to your shaking light! Shake it and see! Okay, here is the cover to me, totally egal! Why is there no one else in here? Wait to them and they wave back! Just like the old lady next door who blows in the dark! Okay Auf die cover to verzichte ich, das ist mir ein bisschen zu dunkel hier What kind of, I'm a bit, Shawnie? Unglerserk How do they love? Excuse me, little girl. Okay, bringe die Lichter zum Leuchten. Schreit doch mich nicht so an. Äh, nee. Hold on, Dad! I'm coming over to hell! So. So. Blau gehört dahin. Nein, ich hab doch blau genommen. Ketchup ist roh, doch. Ja, okay. Ah, die Steuerung geht. Geh mal weg. Nein, ich hab doch noch blau. So, grün. Warte, nehmen wir erstmal rot und okay. Da. Hoppala, das wollte ich nicht. Ich hab mich hier verhältelt. Äh. Äh. Ich muss mich erstmal befreit. Äh. So. Hoppala, jetzt. Dankeschön. Äh. Oh Gott, wie komme ich hier wieder eben raus? Ich hab mich ja komplett verhellert. Ach, okay. Wer weg mit dir? Ich glaub, das ist ne Krawatte. Weil das leuchtet nämlich nicht. Oh, schicke Disco-Krawatte. Die will ich tragen. Oh, das war das zweite. Okay. Tatsache. Okay, das sind, glaub ich, die von der Toilettenwelt. So, dann ist wahrscheinlich da bei den ganzen Lichtern, hab ich das übersehen. So. Oh Gott, soll ich hier so manövrieren? Da oben ist ne Krawatte. Da oben ist ne Krawatte. Oh Gott. Witness the amazingly cuddly snuggle fish. Nuuu. The Snugglefish toy is a killer gift. Oh, he isn't me. Das is miss- This fish makes a plush toy that is to die for. So cute you'll say, I want to eat you up. Wo komme ich denn an den hoch? Wenn ich die Krawatte schon sehe. Wenn ich die Krawatte schon sehe, werde ich ein Fisch-Titon sein. Das oder Fisch. Ich habe die Krawatte schon. Hey, Dad! Was ist unsere Lieblings-Titon? Genau, das ist unser Lieblings-Titon. Genau, das ist unser Lieblings-Titon. Das ist ein Lieblings-Titon. Na, wenn du das selbstkindchen... Vor ein paar Tagen hat Tommi sich hier im Wasser von Neptun genannt. Ist Neptun nicht der Gott des Meeres? Ja, ich habe tatsächlich... Ich habe tatsächlich die erste Krawatte vergessen. Aber es war auch dunkel. Verwirrtes und besorgtes Blubbern. Oh, Daddy! Du klingst wie Mami, wenn sie die Hände sieht. Out of order. No, not out of order. Oh Gott. Lauf deine Legs hoch, Dad! Dad, ich kann nicht da hinfahren! Ich bin nicht Tommy! Ich bin nicht Tommy! Ich bin in der Regeln! Was habe ich dir eigentlich beigebracht? gebrach ich bin schon hin ich hab's geschafft schreibe ich die hand ist das kind anstrengend finde scarlet gut das machen wir aber in der nächsten folge ich sage wie immer dankeschön fürs zuschauen tschüss bis zum nächsten mal bei let's play octodad bis dahin tschüdelü genau